Hallo zusammen, heute möchte ich gerne eine Synthesizer Nummer spielen aus dem Jahre 1977 und zwar von Space Magic Fly. Das habe ich bereits einmal mit dem PA 1000 gemacht und dafür allerdings etwas rumprogrammiert. Ich möchte das mit dem PA 5X spielen ohne irgendwelche Programmierungen, sondern nur die werkseitigen Sounds und Styles nehmen. Entschieden habe ich mich für den Style Earth Danced in Tempo 126 und zwar nutze ich nur die Variation 3. Die Sounds für rechte und linke Hand findet ihr hier. Airpad, dunkle Fläche, EDM Zünd und links Trance Lead. Wichtig hierbei ist ein Insert Effekt im Mixer und zwar habe ich die beiden ersten Sounds, APA 1 und 2, mit einem Rotor Effekt, also einem Leslie Effekt hinterlegt. Und zur Unterstützung des Styles nutze ich alle vier Pads. Ich gehe einmal mit der Shift Taste und einer Pad Taste auf die entsprechende Einstellungsseite und und hier seht ihr meine Lautstärken und auch die Pads, die ich nutze. Das sind alles Pads aus der Abteilung Bell Synth. Ja und hier meine Hörprobe Magic Fly von SPACE. Ja » Recohle Mann 2.0 8 Uhr 11 Uhr 11 Uhr 2 Uhr 2 Uhr 5 Uhr Bin 6 Uhr 5 Marine 5 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020